Ein herzliches Grüß Gott aus dem Bayerischen Gesundheits- und Pflegeministerium. Die Hans-Seidel-Stiftung stellt Ihnen am 25. Juli ein Leuchtturmprojekt des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung vor, zusammen mit unseren sechs bayerischen Universitätsklinika. Bayern Goes SDM – Shared Decision Making. Ziel von SDM ist es, dass Ärzte und Patienten gleichberechtigt miteinander kommunizieren und Entscheidungen treffen. Evidenzbasierte Medizin und persönliche Präferenzen des Patienten gehen dabei Hand in Hand. Damit ist SDM ein Meilenstein in der patientenzentrierten Versorgung. Ich möchte an Sie appellieren. Bitte nehmen Sie teil und informieren Sie sich. Es lohnt sich sicher.